Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Samstagabend bei einer neuen Folge von Foundation. Und Brüder, Schwester, wir müssen hart, wirklich am Glauben festhalten, denn der Herr hat uns ein Zeichen gesendet. Ja, was soll ich sagen? Ja, ne, was will uns der Herr damit sagen? Keiner weiß es. Ja gut, dann müssen wir das Ding hier halt wieder wegklöppeln, ne. Hilft ja nichts. Wo ist denn die? Eine einfache kleine Pforte mit magischen Wirkungen. So, reißen wir die Hütte mal wieder ab. Das ist natürlich jetzt schlecht, dass da unten jetzt keine Tür dran ist. Aber warum ist die mir da hochgerutscht? Das war jetzt wieder kein Mensch, ne. Die snappt da oben an dem Punkt hier. Da snappt die rum. Ich würde sagen, da kriegen wir keine Tür dran gebacken. Das ist natürlich schlecht, dann können wir den natürlich auch wegreißen. Das ist natürlich doof. Ei, das ist doof. Warte mal, das kann ich dann hier so rüberziehen. So. Wir haben jetzt aber ganz schön viele Speere, oder? Bilde ich mir das so ein. Oh. Da, schau her. So. Ja, da würde ich sagen, da setzen wir uns hier so ein lustiges kleines Bäumchen noch hin zum Kaschieren. Und dann ist gut, oder? Das ist doch immer wieder ein Quell der Freude. So, guck mal. Kommt hier ein Baum hin? So, der kann doch schön wachsen. Ne, ne, ne. Das ist doch... Ja. Wie ich das gesehen habe, ne, bin ich schon erschrocken und dachte mir, um Gottes Willen. Aber nein, hier hinten ist alles in Ordnung. Ne, hier hat es gehalten. Ne, aber der Rest... Ja. Gut. Nun gut, lassen wir uns mal nicht hier verunsichern. Ne, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal und schauen, ob wir mal wieder ein paar Ritter irgendwie befördern können. Liste öffnen. Ob sich da in der Richtung was getan hat. Kloster, Versteher, Blah, Noviz, Noviz, Noviz. Ne. Aber wir können zwei Rekruten zu Soldaten machen. Das machen wir auch. Können wir gleich so hergehen. Dann passt das. Ja, das passt. So, Beförderung abschließen. Jetzt muss ich erstmal gucken, weil wir haben ja die Küche jetzt auch noch eröffnet. Ich würde ganz gerne hier irgendwo noch so ein Lager integrieren. Weil... Ja, hier brauchen wir nämlich die Kräuter. Wir brauchen Wasser. Okay. Wir brauchen hier oben eigentlich auch noch Wasser, ne? Na, guck mal hin. Da kann ich eigentlich den Kräutereinkauf, kann ich eigentlich sein lassen, ne? Okay, aber so optisch hätte ich ganz gerne hier irgendwo noch einen Brunnen integriert. Das ist nur die Frage, wo... Also hier oben, glaube ich, passt das nicht. Könnte eng werden. Außer wir stellen... Oh, warte mal. Wir haben doch die Möglichkeit... Warte mal hier. Mods-Fantasie. Ballern mal hier rein. Und dann habe ich doch hier die Fässer. Die gehen doch auch. Die funktionieren doch prächtig. Die können wir doch jetzt irgendwo hier so in die Ecken reinmachen. So. Einmal. Dann gibt es hier drüben auch noch. So. Dass sie da hinlatschen können. So. Dann haben die zweimal Wasser. Das sollte reichen, ne? Gut. Dann hier unten. Die brauchen ja auch noch Wasser. Da würde ich aber sagen, da gönnen wir uns mal einen schönen Brunnen. So. Können wir hier so hinstellen. So. Bauen. Das passt. Hier oben sollte es eigentlich im Prinzip auch passen. Ja. Das geht in Ordnung. Oh. Machst du schlapp. Ja, wir müssen schauen, dass wir das Lager einrichten. Dass ich hier ein bisschen was reinstopfen kann. Und zwar... Blum, 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 blum. So. Warte mal, die Kräuter. Liefen die jetzt unter... Die Kräuter schon. Unter was liefen die nochmal? Ne. Das verwechselt jemand mit dem Kompost. Okay, das passt. Gut. Dann. Äh, wo bin ich? Zu weit. Zu weit geflogen. Kleiner Freund. So. Hier sowas passt doch ganz gut mit dahin, oder? Dieses Wurzelding. Dieses Wurzelding, das mag ich irgendwie so gar nicht. Hier, wenn man das hier so dran klatscht. Lass mal gucken. Dann ist das doch nicht so verkehrt, oder? Hätten wir mal so ein bisschen kleinen Kontrast drin, ne? Ja, komm, das machen wir. Das machen wir. Das bauen wir. Das ist gut. So, bauen. Das passt schon mal. Dann können wir die Zeit hier hochdrehen. Können einen Schluck Kaffee trinken. Und dann können wir mal wieder ein paar Soldaten losschicken. Was haben wir denn hier? Einfach, einfach, extrem schwer. Das ist immer gut. Extrem schwer ist immer gut. So, pass mal auf. Was kriegen wir denn hier? Hä, das waren doch jetzt mehr Speere irgendwie. Hier habe ich nur zwei mit Speer. Das war doch kein... Ach, das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. So, jetzt fördern wir mal die niederen Ränge. So, durchschnittlich 8. Da sind wir schon bei 8. Hoch. Maximal. Komm, dann nehmen wir die 9er auch noch mit. Dann kriegen die mal so richtig auf die Omme. So. Passt. Passt. So. Hier wird noch gebaut. Okay. Das sind natürlich die... Kann ich, kann ich, kann ich... Kann ich bestimmt, ne? Da, 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 da. Da ist er doch. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns das hier noch ein bisschen schöner. Jetzt ist nur die Frage... Inwiefern... Birnbaum. Wie schaut denn der aus? Sieht man da Birne? Nö. Pflaumenbaum. Ach, nö. Nö, nicht unbedingt noch. So, dann haben wir diese Spalierdinger. Zu weit weg. Von was? Du, du maulst nicht rum? Was ist denn, wenn ich hier einen Baum reinsetze, ist dann das andere auch zu weit? Tatsache. Hier geht's. Hier schon zu weit. Du willst mir doch vor Äppeln spielen. Ach, das ist doch wieder furchtbar. Das ist doch wieder furchtbar. Naja, gut. Schauen wir mal. Pflaumenbusch. Die können wir setzen, wie wir wollen. Pflaumenbusch. Auch nicht schlecht. Ähm. Wie setze ich mir die denn? Wie schauen die aus? Ui. Wir lassen das mal so hier. Ich will mir die erst mal angucken, wie die ausschauen. Ja. Weil das war es ja eigentlich im Prinzip schon, ne? Weil das steinernde Blumenbeet... Pff. Weiß nicht. Das ist mehr Deko. Lass mal... Ich... Ach, kann ich nicht. Warum nicht? Ein Becken. Warum will das Ding unbedingt ein Becken haben hier? Das ist so... Das ist ja auch nicht schön. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt toll. Das will ich unbedingt da haben, ne? Okay, wenn ich mir hier ein Becken hinbaue. So. Dann haben wir das Becken. Okay. Mann, Mann, Mann. Also gut. Ach, ich kann immer noch nicht bauen. Weil... Mir fehlt noch eine Pflanze. Okay. Gut. Dann nehme ich halt noch eine. Setze mir die da hin. Und jetzt können wir da mal bauen. Und dann gucken wir mal. So. Das Lager ist gebaut. Und hier ballern wir jetzt mal fleißig Kräuter rein. Kräuter rein. Und Kräuter rein. Wein brauchen wir nicht. Bärenbräu. Bärenbräu. Apfelwein. Bier. Nö. Nö. Jetzt habe ich gedacht, wir können das Kloster mal hier noch mit einlagern. Aber das ist es nicht, ne? Ja, komm, noch mal mal viermal... Ups. Machen wir viermal Kräuter rein. Setzen einen Träger mit dazu. So. Und dann können die da Gas geben. Okay, okay. Na gut. Das ist mit dem Becken, das... Ja. Müssen wir wohl mit leben, ne? Kicken wir mal. Da, kicken wir mal. Ich packe mir das mal hier zur Seite. Dann ist das halt so, ne? So. Die Klosterküche. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal hier gucken, was uns allgemein so fehlt. Das wird nicht wenig sein. Eide Witzka. Hai, 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 hai. Komm, wir jubeln mal hier ein paar rein. 20, 20. So, und dann kann ich hier noch eins, zwei, drei. So. Dann haben wir das mal. Und dann muss ich mal gucken. Zwecksbeförderungen. Was brauchen wir denn hier? Hier brauchen wir Bruder, 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 Bruder. Wie viel brauchen wir denn? Fangen wir mal von unten an. Novizen ist klar. Das ist kein Problem. Hier haben wir hier gleich vollgekriegt, ne? So, wir brauchen eins, zwei, drei, zehn, dreizehn. Einen nicht. Einen nicht. Einen, zehn. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Will ich das? Boah. Hab ich mich verzählt? Ich hab' mir nicht verzählt. 19. Boah. Guck mal mal, ne? 19. Oh. 19, 19. 19. So. 190 Manuskripte und wir haben 250. Das wird sich ausgehen. Dann haben wir nur Mädels am Start, ne? Eih, hier leg's Blech leer, ey. Das ist wild. Na komm, dann machen wir das mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Heureka! So. Jetzt fehlen uns natürlich nur Hiezen, das war mir so klar. Ah. Warte mal, einer fehlt hier. Braucht der noch ein bisschen? Warte mal, jetzt hat sich's wieder ausgeglichen, okay. Ja, einer, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Hier. Bruder. Boah. Klosterversteher, ne? Immer noch nicht. So, was haben wir denn hier? Hier, komm. Zack. Jetzt müsste eigentlich dann hier... Und? Rüht sich was? Jetzt fehlt da unten einer. Ist klar. Das ist klar. Kann ich noch jemanden drüberziehen? Nein. Nein. Okay. Da müssen wir ein bisschen warten. Das switcht jetzt hier hin und her. Die Fluktuation hier verstehe ich nicht ganz. Oder macht ihr das jetzt erst so pöpö im Nachhinein? Und nicht gleich sofort. So, auf jeden Fall hier Nachschub. Dann geht das. Holen wir uns mal Nachschub. Einer, okay. Jetzt wird es langsam hier hängen. Das passt vom Platz her. Ne, gut. Ich würde sagen, kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir schon hin. So, wie schaut es denn hier aus? Da sind die Sträucher. Da ist das komische Becken. So, wie schaut es denn hier aus? Ja, 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 nett. Ne? Ich finde jetzt nichts Berauschendes dabei. Da ist er. Die müssen wir jetzt ein bisschen anders anordnen. Wo sind sie? Da. Königsbalsam. Da. Zack. Und da. Zack. So. Also gut. Ich würde sagen, den Königsbalsam. Den ballern wir mal hier auf die Seite rüber. Hier so hin. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Dann machen wir den noch ein bisschen voller hier, dass es ein bisschen schöner ausschaut. Das wirkt mir ein bisschen leer. So. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann machen wir hier Pflaumengemüse. Machen wir dann hier so. Hier so ein bisschen hin. Und da so ein bisschen hin. So. Wir machen das mal in so Reihe. So. So. Und so. So. Und so. Da müssen wir doch jetzt noch eine welche hinkriegen, oder? Zack. Zack. Und zack. So. Das sollte reichen. Das sollte erst mal reichen, dass die erst noch gebaut werden müssen. Naja. Egal, ne? So. Wir haben wieder sechs Neuankömmlinge. Das ist gut. Zack. 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 Und wieder zurück. So. Was machen wir denn hier rein? Hier hätte ich jetzt ein bisschen farbenfroher gern. Das bedeutet, wir schauen mal bei den Mods rein. So. Ach nee, Quatsch. Nicht die Fantasy. Quark, Quark. Hier. Neue Nature. Decorations. Gucken wir mal, was die zu bieten haben. Die schrumpfen hier halt. Die schrumpfen uns halt weg. Das ist das Problem. Der kleine Fahn ist wirklich klein. Und der ist auch nicht gerade größer. Was haben wir denn hier? Na, guck mal. Der schaut doch ein bisschen größer aus. Da setzen wir uns mal... Hier so drei Stück hin. So. Und so. Was haben wir noch? So ein Fahn. So ein Fahn. Dann haben wir hier so ein Dingengedöns. Schilf. Braucht kein Mensch im Garten. Gaspatch. Den brauchen wir auch nicht. Die hauen ja die Pflanzen in den Boden rein. Schilf. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Hm. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. So. Du bi, du bi, du bi, du. Ach komm, das reicht ja. Das reicht. Dann nehmen wir lieber nochmal bei Dekoration. Das hier noch. Da haben wir neben ein paar bunte Sachen mehr dabei. So, was haben wir denn? Bären. Ja, klar. Fahnenstrauch. Der schaut aber ein bisschen heller aus, ne? Den könnten wir hier so ein bisschen als Kontrast mit reinbringen. Hier ist so vorne dran. So. Schaut doch ganz nett aus. Na komm. So. Und hier noch ein bisschen. Hm. Das passt. So, dann haben wir hier das Zeug. Das ist wieder zu wuchtig. Das ist mir ein bisschen zu umherrscht. Ich würde sagen, wir nehmen schon mal die Ecke hier dafür her. So. Schön vollstopfen. Dass da auch ein bisschen was zu sehen ist. So. So vielleicht. Dann haben wir die Lupinien. Aber Kamille. Kriegen wir hier so ein bisschen Kamille? So. Haben wir hier so rübergezogen. Die Kamille. Und dazwischen rein hauen wir noch ein bisschen was anderes rein. Die Monee. Hier. Sowas in der Richtung. Ich schaue es mir mal an. Lass mal. Lass mal angucken. Ja. Warum nicht, ne? Why not? Why not? Ich finde das nicht doof. Hier könnte man noch ein bisschen so Pilze, ne? Wegen Drogen. Dann nehmen wir doch das da und das da. Und dann gehen wir da mal her und holen uns mal hier die Pilze. So. Zack. Zack. Machen wir richtig schön viel. Weil viel hilft viel. So. So. Einmal so gedreht. So. Diesen hier. Und wenn uns die Soldaten schon keinen Arzneigarten liefern, dann müssen wir halt selber aktiv werden. Ne? Was bist du? Schilf. Buchsbaum. Hier vielleicht noch mit rein. Bisschen Buchsi. So. Und so. Vielleicht sogar noch in der Mitte rein, oder? So. Ja, guck mal. Das taugt. Das taugt doch ganz wunderschön. Das passt. Hätte ich gesagt. Das passt. Von den Dingern bin ich jetzt nicht so begeistert. Ich glaube, da pflanzen wir noch zwischenrein noch ein bisschen was Farbenfroheres. Weil das ist ein bisschen lame. Das ist mir ein bisschen echt lame. Ja. So. Wie schaut es denn aus mit unserer Personalabteilung? Das darf doch nicht wahr sein, oder? Zwölf Leute brauchen wir. Zwölf. Zwölf. Das schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. Da müssen wir jetzt Schlafräume noch machen. Bevor ich da hochstufe. So. Was will denn der Verwalter? Alter Falter. Ah, der will das wieder. Da kriegt der das halt auch. Zack. Geliefert. Geliefert. Okay. Nun gut. Es mangelt uns an Schlafräumen. Kriege ich da oben vielleicht noch? So als Abschluss hier so Schlafräume noch hin. Oder hier nebendran. Das wäre glaube ich nicht. Den decke ich zu. Der passt mir so überhaupt nicht in die Optik rein. Guck mal her. Das gefällt mir so gar nicht. Überhaupt nicht. So. Zack. 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 So als wenn nie was gewesen wäre. So. Und hier noch ein klein. Und da noch ein klein. So. Besser. Besser. So. Und dann können wir doch hier eigentlich noch so. Können wir hier doch noch so einen Schlafraum hin machen. Wollen wir das mal gucken. Kloster. Läuft bei uns, oder? So. Also gut. Nebengebäude. So. Wo haben wir es denn? Zu beten und ausrufen. Das waren doch glaube ich die Schlafraum. Haben wir in dem Sinne gar nicht. Wo steht denn hier unten eigentlich? Achso. Die haben wir alle. Klosterhof. Nebengebäude ohne Funktion. Ist okay. So. Also ich würde sagen. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir hier sowas. Ja ne. Wenn man das hier so an dem Busch mit dran stellt. So ein bisschen. So. Wir passen da jetzt rein. Kapazität 15. Okay. Verändert sich nichts. Ne doch. 20. Aber ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. 15 ist okay. Will das weniger? Ne. Guck mal. Dann können wir das doch eigentlich so lassen, oder? Da hätte ich aber gerne noch eine Fassade dran. Hm. Hm. Zwecksfenster. So. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Wup wup wup. Dann wollen wir noch eine schöne Tür. Eine schöne Tür. Oh, die reicht. Die reicht. So. Dann kommen die da auch rein. Speicher. Das passt. So. Und dann. Hätte ich noch ganz gerne. Einfach wegen der Optik. Ich will mal was ganz kurz probieren. Ja. Geht. Geht. Funktioniert. Das funktioniert. Ein Kreuz würde ich da jetzt nicht unbedingt drauf machen wollen. Ähm. Machen wir hier noch einen Wecker mit dran? Also einen Glockenturm. Nee, ne. Schaut mir zur Eichnerkirche aus. Das schaut mir. Ja. Nee. Auch mal nicht. So. Ich würde sagen, das reicht. Das passt so weit. Das ist okay. Das ist okay. So. Und dann würde ich aber ganz gerne auf der anderen Seite mal gucken, ob wir da nicht auch noch was hinkriegen. Und zwar für die Nonnen. Dann haben wir nämlich das gleich schon mal abgehakt. Zack. 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 Ich kriege jetzt ein bisschen kleineres, weil sonst passt mir das hier nicht so hin. Ähm. Was schlank ist. Hier. Ja. Da haben wir auch schöne Fenster dran. Das passt. Das passt so nicht. Das lassen wir so. Oder noch ein bisschen drin. Ein bisschen. Spiel. Ein bisschen. Ein bisschen. Machst du ein bisschen. So. Nein. Nein. So. So weit in Ordnung. Wie viel passen da rein? Zehn. Drüben passen 15 rein. Deswegen gehen wir mal hier. Hm. Zwölf. Okay. Ich würde sagen, das reicht. Ich glaube, das ist auch so in der Flucht zum anderen. Ja, komm. Können wir lassen. Das können wir lassen. Dann also noch ein Türchen dran. Mach ich hier auch noch so einen Deckel davor? Tö, 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 tö. Aber dann haben wir nur noch nur ein Fenster noch, ne? Nee, komm. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir, machen wir Tür dran. Und dann ist gut. So. Tür dran. Vielleicht so ein Knubbel oben drauf. Zack. Dann ist gut. Dann ist gut. Obwohl so ein Knubbel ist da doof. Zack. So. Gut. Lassen wir auch bauen. Und dann sind wir erstmal mit Schlafplätzen wieder schön versorgt. So. Und jetzt habe ich ja hier hinten noch ein bisschen was zum Tun. Und Machen. Was hauen wir denn da noch dazwischen? Ich probiere das dann trotzdem mal mit den, mit den, mit den bunten. Hatten wir hier nicht auch noch? Ja. Hatten wir. Hatten wir. Busch zwei. Busch blaue Blumen. Weil da ist es nicht schlimm, wenn die jetzt da ein bisschen schrumpfen. Hauptsache es schaut ein bisschen bunt aus. Oder nehmen wir die gelben? Komm, nehmen wir die gelben. Nehmen wir mal die gelben. Machen wir hier die gelben rein. Gelb rein. Gelb rein. Gelb rein. Dann schaut es ein bisschen exotisch aus. Exotisch. So. Das ist gut. Das ist mir auch noch ein bisschen zu einfältig hier. Das ist mir die erst mal bauen. Ja. Das ist in Ordnung. Was meinen denn hier dazwischen? Nochmal Pilze ist doof, oder? Aber die werden so schön rot. Die werden so schön rot. Das habe ich denn noch. Bin noch irgendwas zur Auswahl. Mal check it. Und hier könnte man auch den Fahnen noch so zwischendübeln. Wie gesagt, damit es ein bisschen Kontrast hier reinkriegt. Das ist okay. Ja. Hätte ich gesagt, das ist okay. Ja, guck mal. Da ist es nicht ganz so langweilig. Dann nochmal hier. Hallo. Dann haben wir hier so ein bisschen. Bisschen was fürs Auge. So. Und da hinten haben wir ja auch noch ein bisschen Platz. Ich weiß nicht. Ich frage, was machen wir denn da hinten rein? Sowas in der Richtung, oder? Sowas in der Richtung könnte klappen. Könnte funktionieren. Können wir machen das. Lassen wir das ein bisschen hier so durchwachsen. So, und damit es noch ein bisschen dichter wird. Machen wir das hier einmal so. Ja. Das ist okay. Ja. Das passt. Und hier können wir den Fahnen da rein zwirbeln. So. Und dann sollten wir es eigentlich haben. Boom. So. Passt. Das ist in Ordnung. Das ist soweit in Ordnung. Ja. Das klappt soweit. Das ist okay. Gut. Dann haben wir natürlich hier noch das Problem mit Dicampus. Mit Dicampus. Da hätte ich gesagt, machen wir uns hier noch ein bisschen Platz. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da können wir das hier ein bisschen dem Milch zumachen. So. Das sollte klappen. Das sollte klappen. Jo. Das ist okay. So. Und dann schnappe ich mir mal hier die Mauer. Und die können wir jetzt dann schön von hier hinten hier so rüber ziehen. So. Dann hier ein bisschen so. Und dann hier so. Dann ist das Gebiet hier abgeschlossen. So. Dann haben wir hier hinten noch einen schönen Platz. Und es taugt. Oho. Oho. Schaut mir jetzt aber hier relativ leer aus. Deswegen werden wir uns mal hier noch ein bisschen türentechnisch. Übentechnisch. Einmal so. Bauen. Und dann du. Wann immer. Wann immer. Das ist doch sowieso eh nur Optik. So. Einmal. Kann ich dich auch nochmal nehmen? Kein Nüchner. Wann ich lass das mal bauen? Dann klicke ich das mal an. Halt. Dich brauche ich. Ne. Ach. Kann ich jetzt gerade nicht wegreißen. Oder? Ne. Geht nicht. Okay. Versuch. Was wert. So. Da machen wir das gleiche Spiel auch. So. So. Das ist okay, würde ich sagen. So weit, so nice. So weit, so nice. Dann sollen die das ja erstmal bauen. Hier sind wir komplett durch. Das passt. Und dann haben wir das hier auch. Fertig. Noch nicht ganz. Aber bald. Ach ja. Sehr schön. Das taugt so weit, hätte ich gesagt. Dann haben wir wieder ein paar Schlafplätze. Dann kriegen wir wieder ein paar Mönche und Nonnen unter. Das funktioniert soweit. Was mir nicht ganz gefällt, ist eigentlich hier hinten. Das schaut mir ein bisschen zu kirchlich aus. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und deswegen hätte ich gesagt. Machen wir uns da hier schön. So. Mit einem Fenster. Und schön nach oben. Ja, besser. Viel, viel besser. Ich kriege jetzt noch eins schon. Eins runter drüben. So. Ja, besser. Bauen. Nein, dann schaut es nicht so nach Kirche aus. Das ist okay, soweit. Oh, oh. Das ist auch okay. Ja, doch. Sehr schön geworden. Beim nächsten Laden muss ich mal gucken, wie weit die hier zusammengeschrumpft sind. Aber gut. Das sollte funktionieren. Die kommen ja auch alle sauber die Treppe hoch und runter, oder? Ja, schaut gut aus. Das schaut gut aus. Okay. Hier passt das. Okay. Dann können wir hier. Bist du fertig? Nee. Oder? Doch. Nee. Noch nicht fertig. Da müssen wir noch warten, oder? Nö. Das haben wir schon. Okay. Okay. Gut. Dann müsste ich doch eigentlich im Prinzip jetzt hier wieder Leute reinholen können, oder? 79. Ja, das passt. So, was habe ich gesagt? Wie viel brauchen wir? Wir brauchen einmal 11. 16. 16. Okay. 1, 2, 3, 4, nee, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nee, 8. Oh, wegen einem. Wegen einem. Wegen einem dödeln wir jetzt da rum. Ja, das war ja nicht möglich. Die Bedingungen sind sowieso immer totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Hier, der Gartenallicht ist ja vollkommener Blödsinn. Vollkommener Blödsinn, oder? Na, jetzt muss ich wieder warten, bis wir dann neue Bewohner kriegen, die wir dann gleich der Kirche zuführen können. Na, jetzt haben wir hier noch Deko, naja. So, hier hinten müssten die Türen fertig sein. Jawohl, sind sie auch. Na komm, ich lasse die Tür, ich reiße die jetzt nicht nochmal weg. Ich reiße die, aber die latschen hier trotzdem schön, die, die, hier durch, oder? Oder täuscht das? Da ist doch gerade einer gelaufen. Hm. So, auf jeden Fall können wir uns hier auch noch ein bisschen austoben dann, indem wir uns das hier ein bisschen hübscher machen. Ah, guck mal, da. Und da hat einer ganz kurz hier. Hat sich aber nicht getraut. Hat gemerkt, oh, falsche Tür. Falsche Tür. So, pass mal auf. Wir werden auf jeden Fall erstmal hier so ein bisschen Deko gedöns. Deko gedöns. Böö. Hallo? Hallo. So. So. Wollen wir mal dann, da denke ich aber, na, dann machen wir einfach hier so an der Ecke. Einfach mal hier so an der Ecke hin. So. Und dann können wir doch eigentlich auch hier einen hinsetzen. So. Ja. Das halbe Fenster, da können wir zumachen. So. Braucht kein Mensch. Gut, dann hätten wir hier schon mal ein paar Bäume gepflanzt. Wie das passt. Und dann machen wir hier noch ein bisschen das da. Links und rechts. Ka-ching. Ka-ching. Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen Optik hier reinkriegt. So. So. Und. So. Haben wir noch eine Tür. Da habe ich schon zwei andere hin. Dann machen wir hier noch was hin. So. Und so. Das ist überhaupt soweit. Vielleicht hier noch. Ne, da verticke ich mir wieder. Obwohl, wir können ja hier. Hier und. Hier. Das geht. Das geht. Und dann können wir hier noch ein bisschen hübscher machen. Und. Zack. 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 Einfach das ist ein bisschen schöner. Schau. So. Du kriegst noch einen. Weil da eine Treppe so doof ist. Ja. Das passt erstmal. Okay. Hier könnte ich mir vorstellen. Wow. Wo war denn das jetzt wieder drin? Wo war denn das wieder drin? Ich glaube, das war in der Fantasie drin, oder? Mal gucken, ob das klappt. Ja, hier. Hier war da drin. Aber ist ja auch zu klein, ne? Obwohl, weil wir wollen ja mal, wenn ich das hier so hinstelle, ne? Die sind ja, glaube ich, nicht geschrumpft, ne? Zack. Und ich nehme jetzt einfach hier, was bist du? Einzeltor geschlossen. Einzeltor animiert. Ne, brauchen wir nicht. Animiert, animiert, animiert. Ne. Ich will hier einfach nur einen Zaun haben. Warte mal. Ne. So, ne. Machen wir so. So. Na, komm. So. Und dann nochmal hier drüben. So. So. Sollte passen. Sollte, glaube ich, passen. Komm, machen wir. Haben wir uns aber leicht verschätzt, oder? Ganz leicht. Ja, minimal. Also ist ja noch ein bisschen luftlos. Rechte ich nochmal weg? Ne, ne? Ne. Zack. Zack. Und. Zack. Piep. Nee, komm. Das mit dem Holz, das hat man jetzt irgendwie dann doch nicht genau betrachtet. Warte mal. Stone walls. Hier, guck mal. Da haben wir doch hier sowas. Das ist doch viel schöner. Wenn ich das hier so hinbiege. Komm, lass dich biegen. Lass dich biegen. So. 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 Und dann noch hier links und rechts. Warte mal. Wie schaut das aus? Schaut nicht gut aus. Ähm. Das ist schon eher. Ich glaube, der Snap wieder bloß so vorne. Okay. Machen wir es händisch. Machen wir es händisch. Einmal so. Und einmal so. 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 Ja. Besser. Besser. Und dann kann man doch da auch noch irgendwie, glaube ich, ein bisschen was so in der Richtung. Nee. Oder? Doch. Hallo. Ja. Das war klar, dass das wieder. Das war einfach so klar, ne. Guck mal her. So. So. Na ja. Dann bist du aber auch garantiert falsch rum, oder? So. Ja. Jupp. Und dann hier so diesen hier. Dann ist das ein bisschen, ein bisschen aufgelockerter. Oben kriege ich ja nichts hin, ne? Kriegt er oben irgendwann hin? Kriegt er noch Fackeln dran? Hallo? So. Nee, hier. Nee, du sollst hier. Nein, das andere. Davor. 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 Aber cool. Ja. Ach. Komm weg. Dann halt nicht. Mensch, 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 Mensch. Warum bist du nicht da, wo ich will. Ich will es dann eigentlich nur auf der... Das ist da drüben, ne? Warte mal, wenn ich das Ding hier... Nee, geh weg. So, T. Drehen. So. Basteln wir das halt nochmal so hin, ne? Können wir das nicht so hin, ne? So, ein bisschen drehen. So. Da passt es noch nicht. So. Und so. Hier ist es. So. Jetzt. Jetzt ist es okay. Gut, dann kriegen wir nämlich das Ding auch hin. Jetzt. Genau. Na. So ist es okay. Gut. Ansonsten haben wir da eigentlich nichts. Dann würde ich sagen, bauen wir das mal. Ja, guck mal. Da haben wir hier einen schönen Eingang durch. Das war es doch. Das sind auch sieben Neuankömmlinge hoch. Da müssen wir jetzt aber... Ne. Tschak, 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 tschak. So. Taugt soweit. Dübidübidi. Dübidübidi. So. Dann nehmen wir das dann hier auch. Und dann kann ich doch eigentlich hier... Es fehlte nur noch einer, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen... So. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Okay. Was mich hier geritten hat, das weiß auch kein Mensch mehr, ne? Das gefällt mir irgendwie jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Warte mal, da müssen wir aber... Dies hier nehmen. So, lass mal gucken. Barcony kann weg. Abreißen. Das Bow kann weg. Abreißen. Die nicht. Die ja. Weg. Und dann hier das Tourette kann auch weg. So, was haben wir hier? Das kann auch weg. Abreißen. Das hat irgendwie fehl am Platz ausgeschaut. So. Jo. Dann haben wir hier noch den Innenraum. Den können wir noch ein bisschen verhübschern. Das ist nun die Frage, wie. Mit was könnten wir das verhübschern? Ich könnte jetzt hier auch nochmal so einen Eingang hinbauen, ne? Zack, 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 zack. Und zack. Hm. Hm, hm, hm. Aber, puh. Lass es mal ausprobieren. Ich ziehe mal hier die Mauer weg. So, die lassen wir mal hier so dran. Und dann mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwie was Schöneres hinkriegen. So, lass mal gucken. Hier können wir doch eigentlich so ein Eisending hier hinbasteln, oder? Lass mal kicken. Lass mal kicken. Wir haben hier Eisendrubbeisen. Das ist schon mal nicht schlecht. Da brauchen wir aber Mäuerche. Da brauchen wir Mäuerche. Das ist mir nämlich zu hoch. Oder? Das ist mir ein bisschen zu niedrig. Komm, wir nehmen das hohe. Lass mal das hohe nehmen. So, pass mal auf. Das schiebe ich mir jetzt hier so rein. Dass es ungefähr in der Mitte ist. So. Dann gucken wir mal wegen den Toren. Ach nee, warte mal. Da brauche ich ja die Pfosten dafür. Und der passt nicht. Okay. Was ist mit dir? Du passt. So, dann kann das aber noch mal ein Stück weiter rüber. So. Und dann kriegen wir nämlich hier die Tür dran. Nee, anders. So. So, das machen wir dann hier so auf. Mhm. Ja. Nehmer. Gekauft. So. Ach nee, warte mal. Das mache ich ja immer anders, ne? Damit das passt. So. Und zwar werde ich mir jetzt hier die Tür nehmen. Und werde die hier so... Oh. Werde die hier so reinzimmern. Ich packe mir das mal hier draußen hin. Dann kommt nämlich als nächstes das Ding hier dran. Dann haben wir als nächstes hier den Billo. Billo. Und dann haben wir das Ding. So. Und das muss ich mir jetzt hier einigermaßen hinfriemeln. Warum habe ich hier ein Pfeil? Habe ich die Animierten genommen? Ja. Ich will natürlich nicht die Animierten haben. So. Dann muss ich mir das... Ja, das war jetzt wieder so klar, ne? Aber okay. Ich glaube, ich kriege das auch so geregelt. So. Wenn das nämlich so ist. Und wenn ich mir das nehme, kann ich es nicht. Okay. Kann ich auch nicht. Ist schön. Jetzt. So. Und dann mache ich das nämlich so. Das müsste passen. Dann können wir das hier so reindrehen. Bis wir da drüben wieder anstoßen. So. Passt das. Gut. Und dann kannst du weg und du weg. Und dann machen wir das nämlich vernünftig. So. Einmal hier so dran. Zack. Und einmal hier so dran. Na komm. Zack. Zack. So. Schön. Du kannst weg. Und bauen. Ja. Guck mal. So. Mach doch gleich einen schmalen Fuß. Brauchen wir die Mauer eigentlich nicht mehr, ne? Komm weg damit. Mit. So. Ja. Das passt. Hier könnte ich glaube ich aber auch noch so ein Eisengitterschen hinmachen. Das sollte ja so eins reichen. So weit in der Richtung. Dann nehmen wir mal das T da weg. Dann dübel ich mir das mal hier so an. Stell es mir wieder ein bisschen so. So. Oh. Oh. Ja. Wollen wir mal. No. Ja. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Jawollow. So. Und hier hinten hätte ich ganz gerne noch so eine Sitzgelegenheit. Ecke. Dazu brauchen wir aber. Ja. Dazu muss ich ja ein bisschen mit den Blöcken wieder ein bisschen was arbeiten. Hier so ein kleines Rondell. Habe ich mir vorgestellt. Da können wir ein paar Bänke draufstellen. Einen Baum in die Mitte rein. Und dann schaut das eigentlich schon ganz nett aus. Ja. So der Plan dafür. Ja. Ist doch in Ordnung. So kann man es doch jetzt mittlerweile mal ein bisschen anschauen. Die Ecke hier hinten. Die war mir ein bisschen zu trostlos. Was haben wir hier eigentlich noch für Möglichkeiten. Mal gucken. Nicht so viel. Ne. Da haben wir nicht so viele Sachen da. Rot. Ich bräuchte jetzt eigentlich Lila. Lila. Die Lila. Geschichten. Hatte ich die nicht in der Windows-Mod drin? Lass mal gucken. Ne. Hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Ne. Okay. Dann halt nicht. Wo waren die denn drin? Ne Quatsch. Wenn dann. Wenn überhaupt. Dann wahrscheinlich hier mit drin. Du da. Du da. Ne. Auch nicht. Auch nicht. Okay. Ne. Gut. Ja komm. Dann ist es okay. Dann ist es halt okay. So. Produzieren wir eigentlich irgendwas? Oh. Wir können die aber nicht einlagern. Aber warte mal. Ich muss ja auch hier irgendein Speiselokal eröffnen. Hatten wir da nicht. In dem Gebäude ohne Funktion. Aber hatte ich das nicht geplant gehabt? Eigentlich sollte das ja die Küche werden. Kann ich daraus nicht. Warte mal. Warte mal. Nebengebäude ohne Funktion. Das müsste doch das hier sein. So. Und da kann ich doch dann eigentlich im Prinzip hergehen und kann sagen. Klostergarten. Schatzkammer. Klosterküche. Weinkeller. Abteikirche. Ne. Speicher. Bauhinter. Klostergarten. Krektoriumkapelle. Ne. Ich habe in dem Sinne überhaupt kein... Doch hier. Refektorium. Aber das haben wir doch eigentlich schon, oder? Haben wir kein Refektorium? Doch. Hä? Habe ich gar nicht. Guck hin. Ja, dann machen wir das doch, oder? Es werden keine Teile abgerissen. Das ist schon mal gut. Aber seid ihr sicher, dass... Blablabla. Die Funktion. Blablabla. Obst du mit blablabla. Umschalten bestätigen. So. Das bedeutet aber wiederum, dass wir natürlich jetzt schon wieder Leute brauchen. So, Refektorium. Ressource zuweisen. Klostermahl. Was gibt es denn noch? Klostermahl. Käse. Fleisch. Garnickel. Gürbisse. Eier. Geflügel. Ne, wir machen hier nur Klostermahl, oder? Komm, wir machen hier mal zwei Klostermahldinger rein. Erstmal. Und dann gucken wir mal weiter. Okay. Koch, Koch, Koch. Oh. Oberhaupt des Refektoriums. Da brauchen wir wieder Brüderchen, ne? Dann machen wir das noch schnell. Ähm, hier. Dann brauche ich hier. Novize, Novize, Novize. Beförderung zur Schwester. Ähm. Kann ich Soldaten auch schon wieder? Ne. Zur Schwester. Bruder. Kein Ritter. Aber die können wir machen. Und konnte ich jetzt... Guck mal, ich kann Beförderung zur Klostervorsteherin. Aber gibt es nicht nur immer nur ein Klostervorsteher? Puh, das machen wir das nächste Mal. So. Was ist jetzt hier? Ja. Habe ich doch jetzt gemacht gehabt, oder? Okay. Ich warte noch eine Runde, bevor ich da jetzt irgendeinen Quatsch mache. Bevor wir da jetzt irgendeinen Quatsch machen. Das finde ich auch so witzig, ne? Du hast auf der einen Seite, war das Ding hier mit 22 Köchen, ne? Und das Refektorium, also quasi, ähm, ne? Ja, die Essensausgabe, das macht dann einer. Ja, kann man machen, ne? Gut, Kinders. Dann würde ich schon mal sagen, an der Stelle wünsche ich auch noch einen wunderschönen restlichen Samstagabend. Und, und wir sehen uns dann am morgigen Sonntag in aller Frische. Und dann machen wir hier Finish. Dann nähern wir uns auch mit dem Kloster langsam, glaube ich, aber dem Ende zu, ne? Da muss ich mal kicken. So, machen wir hier mal aus. Dann machen wir hier mal U. Und dann machen wir mal, ja. Also, ich wünsche euch was. Habt einen schönen restlichen Samstagabend, ne? Egal, was ihr da macht, ne? Und wir sehen uns, wie gesagt, morgen am Sonntag wieder. Wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.